Musik Hereingabe Ah, da kann sich die Abwehr natürlich entspannen So, und mit diesem Tor werden Sie auf einmal nicht mehr Titelträger Was macht er draus? Das wird gefährlich, weiter gefährlich Nicht der Treffer, Torwart hat er schon geschlagen Sie verlieren den Ball Sieht ganz an der gelben Karte aus hier Es gibt hier gelb und jetzt muss er aufpassen Ja, Sie brauchen ihn vor allem fürs Spiel nach vorne Er sollte sich ein wenig zurücknehmen Das könnte was werden jetzt Die Hereingabe jetzt ins Zentrum An die Latte Die Chance müssen Sie eigentlich nutzen Da kommt der Pass Das ist ein vielversprechender Pass Da sieht er unglücklich aus, das ist sein Eigentor Eigentor Ah, Eigentor Kann jedem passieren Den größten ist er schon bei mir Boateng jetzt Oh, viel Platz jetzt Nicht so einfach hier Er versucht den Heber An den Pfosten Kommt jetzt die Flanke rein Das könnte die Gelegenheit geben Gute Balleroberung Was machen Sie draus? Vielleicht sollten Sie ihn runter Die Verletzung machen Die Hereingabe jetzt ins Zentrum Gute Aktion vom Keeper Hechtet da zum Ball Sehr aktiv Sehr aufmerksam Sehr beweglich Absoluter Rückhalt So wie hier zu sehen André Kramaric Guter Zweikampf Jetzt die Möglichkeit Da ist das erste Tor Und das Spiel geht richtig gut los Ja, das verspricht eine sehr interessante Kommt jetzt die Flanke rein Da können Sie erstmal klären Ecke kommt Da können Sie klären Es gibt einen weiteren Eckstoß Ecke kommt von Kimmich Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück Gut abgeblockt Den nimmt er direkt Aber er trifft nichts Aber dabei sah der doch so gut aus Schade, schade Gute Gelegenheit Ich weiß nicht Ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten War ja eigentlich in Echtzeit Schon recht deutlich Ja, aber so gibt es dann eben Keine Diskussionen mehr Jetzt kommt die Ecke Da haben sie den Ball Gut gemacht Naja, nicht drin Einwurf Jung Minzon Martial Jung Minzon Macht er das Tor Das Ding müssen sie machen Es bleibt beim 0 zu 0 Und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden sein Die Rebels im Angriff Den Ball holt er gut verteidigt Toller Pass Der Steilpass auf Werner Werner Er ist da Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor Ist das bitter? Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt Und dann fällt schon den Ball ins eigene Tor Er hat nicht wirklich glücklich reagiert Aber das kommt vor Hier nochmal dieser Treffer Gut gemacht Super dieses Zuspiel Gnabry Die Groundhogs kommen Nach Durchgang 1 steht es hier 2 zu 1 Ein knappes Ergebnis Das uns für die zweiten 45 Nur Firmino Sieht gefährlich aus Firmino jetzt Riesenchance Unter Druck geht der Ball ins eigene Tor Ist das bitter? Da können sie klären Ah, da wäre jetzt Platz Viel Platz für Sterling Sterling ganz energisch Ja gut gemacht Bei diesem Block Sterling Marcus Rashford Also das wollte er so sicher nicht Er trifft ins eigene Tor Da sieht er nicht gut aus Er versenkt den Ball Er gibt das Foul und Freistoß Gut vom Schiedsrichter Er ermahnt den Spieler Anstatt gleich die Karte zu zeigen Und wir sehen Kommunikation ist wichtig Auf dem Platz der Spieler Und jetzt die Chance Gute Aktion Spiel drauf Da sieht er schlecht aus Er trifft ins eigene Tor Heute auch absolut hochklassig Könnte eine packende Partie werden Buschi? Ja, mit viel Übersicht Und Hazard Keine Diskussion Berechtigter Freistoß hier Mertens Gut durchgesetzt, gefährlich Carrasco Frühes Tor Immer wichtig So hatten sie sich das vorgestellt Ein perfekter Start in diese Begegnung Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie suchen die Lücke. Ja, geht gut dazwischen. Gibt Strafstoß, ganz klar. Und das ist natürlich die Chance hier für den Ausgleich zu sorgen. Wäre sehr wichtig. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Überragend gehalten vom Tor. Ja, geht gut dazwischen. Gibt Strafstoß, ganz klar. Und das ist natürlich die Chance hier für den Ausgleich zu sorgen. Wäre sehr wichtig. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte obendrauf. Die Groundhawks mit im Vorschuss. Sané. Carrasco mit der Riesenchance. Tja, sind wir ehrlich. Serge Gnabry. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Er hat diese Riesenchance nicht nutzen können. Alles offen. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schwach. Er überzeugt heute als Passgeber. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das muss es sein. Lloris hält. Ball ist weiter im Spiel. Er gibt dem Elfer. Da gibt der Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Gute Chance. Weiter gefährlich. Ah, der Ball ist noch im Spiel. Abgefälscht geht der Ball ins Tor. Den hat der Verteidiger noch berührt. Torgan Azar. Deniz Zakaria. Gefährliche Szene. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Guter Einsatz hier auf außen. Gerrard. Pass auf die Außenbahn. Das ist ein vielversprechender Pass. Der Hooper, der fordert den Ball. Jetzt der Schuss. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck. Sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fähigkeiten. Sofort der Mannschaft. Du bist hier der Baller auf der Ersteigetil. Das war's für noch ein Tor ist. Denn cuando kommt Es ist frei, dass von Tritt tot Deutschland mit плannendillionů ahreitte Zuhause